Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Herzlich willkommen heute zu einer Frag doch mal den Prof Sonderfolge. Heute haben wir ganz, ganz, ganz viele Zuschauerinnen hier dabei und sie haben uns vorab ganz viele Fragen gestellt. Was empfiehlst du bei Multiple Sklerose und Erschöpfung? Ich bin nicht geimpft und hatte zweimal Corona. Also Multiple Sklerose ist natürlich, wenn die Diagnose wirklich sicher ist, wenn die wirklich klar ist und wenn es auch vom Stadium schon weit fortgeschritten ist, wo man also nicht mehr sagen kann, naja, vielleicht ist es doch noch was anderes. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um das mal zu sagen, was eine MS-ähnliche Symptomatik auslöst. Und viele sind nämlich am Anfang sehr irritiert oder haben große Angst, weil sie ein Symptom an sich spüren. Dann bei Dr. Google nachgucken und da ploppt sofort MS auf. Also Achtung, diese Nervenbahnenproblematiken, die da einhergehen damit, können manchmal auch durch ein Gift aus dem Darm quasi auch ausgelöst werden. Und zwar gibt es einen Pilz, wenn der im Darm zu stark vertreten ist, wenn also diese Darmflora verschoben ist und der berühmte Candida albicans, so heißt dieser Pilz, überwuchert. Dann kann es dazu kommen, dass dieser Candida albicans, dieses Gift, was er leider produziert, dieses Canditoxin, dass das eben auch in die Blutbahn kommt und in der Blutbahn die Nerven angreift und dann entstehen MS-ähnliche Symptome. Das heißt, bei jedem, wo das noch nicht so hundertprozentig mit der Diagnose stimmt oder wo es in einem scheinbaren Anfangsstadium ist, würde ich wärmstens ans Herz legen. Man hat nichts zu verlieren. Aber da sollte man wirklich ganz genau schauen, was ist da im Darm los und was ist mit diesem Candida albicans los. Wenn da ein grüner Haken dran ist, dann hat man das wenigstens erledigt. Ansonsten gibt es bei MS aus meiner Sicht natürlich nur parallel etwas. Wir können es kausal, wie wir sagen, also vom Grunde her nicht wirklich zurückdrehen, das Rad der Geschichte. Aber man kann den Verlauf günstig beeinflussen. Man kann für allgemein gute Lebenssituationen oder Lebensqualität natürlich noch sorgen. Das geht und wenn man eben jetzt, viele haben ja gemerkt, die mit so einer Erkrankung schon zu tun haben, dass dann entweder durch die Impfung und oder durch die Erkrankung manchmal auch so Schübe kommen. Das wird jetzt auch ganz weit diskutiert, ob das jetzt die Herpesinfektionen sind, die Gürtelrose sind oder eben die Zunahme von Autoimmunerkrankungen. Und da muss man sagen, ist etwas als Therapieverfahren zumindest gut jetzt etabliert und wird auch nicht mehr verschwiegen. Das ist die Blutwäsche, diese Apherese. Und ich bin da vor Jahren schon, also weit vor Corona, immer schon um diese Technik rumgeschlichen, sage ich mal. Aber es ist natürlich ein riesen Investorgerät, muss man sagen. Deshalb war ich da noch zurückhaltend. Aber durch Corona ist das natürlich befeuert worden. Und wir können eben, wenn wir das Blut durch einen Filter schicken und dort ein bisschen aussieben, auswaschen sozusagen, da kriegen wir Virenreste raus, wir kriegen altes Bike-Proteine mit hoher Wahrscheinlichkeit raus. Wir kriegen Bakterienreste raus. Also auch dieses ganze Thema Borrelien, was ja früher auch schon zu Langzeiterschöpfung geführt hat. Heute heißt das ja dann eben Fatigue-Syndrom oder Post-Covid. Das ist jetzt eben das eine Virus, was auch, wenn das so lange persistiert im Körper und Schaden setzt, das ist jetzt eben aktuell das Coronavirus. Aber das hatten wir vorher auch schon mit dem Epstein-Barr-Virus. Viele Menschen hatten ein chronisches Müdigkeitssyndrom, weil sie mal diese Virusinfektion hatten, die auf einen Körper traf, der eben wenig Vitamin C, D und so weiter hatte. Und dann leidet man zum Teil Jahre darunter. Und jetzt noch mit so einer Erkrankung, MS dazu, würde ich alles wirklich in der Macht Stehende tun, damit wenigstens diese ganzen anderen Baustellen nicht da sind. Dass also genug Vitamine, Mineralien und so weiter, Eiweiß, Eisen da ist, damit der Körper nicht noch an den anderen Baustellen da zu leiden hat. Aber eine MS, so in dem Sinne jetzt heilen durch Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, das wäre nicht korrekt so zu verbreiten. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde. Das war die Frage an Professor Winkler.